Und ich weiß, wie schwer es ist, im normalen Berufsleben sein Geld zu verdienen. Und da war ich dankbar, wenn ich zweimal am Tag trainieren habe dürfen. Und hin und wieder hat er uns halt, Entschuldigung, Ausdruck quetzt. Es war so, dann waren die Medizinwellen da und dann haben wir drumherum erinnern müssen. Aber das war für mich und für meine Spielweise auch extrem wichtig, dass ich körperlich fit bin. Von dem her hat mir das nie irgendwie geschadet oder war da bockig oder sonst irgendwas.